So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, wir haben endlich Ryu gefunden, oder Riju, oder wie auch immer man sie aussprechen soll. Und müssen jetzt den Wüstenbazar verteidigen. Da sie sich jetzt hier einfach wieder verdünnisiert hat, automatisiert, erscheint es mir tatsächlich ein wenig so, äh, als Oha! Ja, gib her! Erscheint es mir ein wenig so, als würden wir einfach wieder zurückgehen jetzt. Zum Wüstenbazar. Und dieses Ding hier drinnen, dieses Tal der stummen Statuen, das scheint noch gar nicht so ganz unser Ziel zu sein. Ich dachte ja erst, ich muss hier jetzt ganz viel machen, aber vielleicht wird das dann am Ende der Tempel. Na, da ging jetzt ja noch gar nicht so viel ab. Lustigerweise, muss ich fast dazu sagen. Ich dachte, hier geht jetzt richtig, hier muss ich jetzt erst ganz viel machen, bis ich sie treffe. Aber ich muss hier eigentlich noch gar nichts machen, um sie zu treffen. Und das finde ich auch jetzt nicht komplett verkehrt. Weil da oben kann ich wahrscheinlich Licht machen, so, ne? Dann würde ich jetzt tatsächlich erst mal mich zum Wüstenbazar teleportieren. Und wir gucken, dass wir da die Gyptos erledigen. Erst mal Story voranschreiten lassen. Ah, okay, es geht direkt los. Sehr schön. Jawoll. Joa, das sind ein bisschen einige jetzt geworden. Die Gyptos dürfen nicht durchkommen. Ja, wenn es so weiter geht, überrennen sie uns. Okay, die Blitze helfen tatsächlich. Nice. Aber plötzlich kann sie ja doch treffen, ohne meine Hilfe. Tut mir leid, dass ich nicht früher hier sein konnte. Jetzt werden diese Gyptos ausgelöscht. Mir nach, auf in den Kampf. Link, ich verlasse mich auf dich. Ich werde die Königin beschützen. Vernichten wir diese Monster. Ja, also da, wo ich hinschieße, pfeffert sie auch ihren Dings hin. Ich wäre ja dafür, wir würden einfach diesen dummen Pilz hier abschießen. Aber das scheint sie nicht zu interessieren. Wie lange muss ich den Quatsch jetzt machen? Ich meine, es ist jetzt nicht so schwer, die nicht an sie ranzulassen, ne? Ich verschieße halt nur sämtliche Pfeile. Okay. Ja, danke, dass wir es endlich mal bemerken. Wir müssen das Nest zerstören, damit dieser Strom endlich ein Ende hat. Ja, dann, let's go. Okay. Okay, ein Blitz da reinjagen scheint nicht zu helfen. Es kann ja auch, also der Punkt ist ja der, es kann ja nicht... Ja, das ist ja voll ekelhaft. Aber es kann ja am Ende nicht so sein, dass es irgendeine Fähigkeit ist, die man bei einem anderen Dingsatz bekommt. Also ich brauche jetzt damit Wasser und so brauche ich gar nicht anfangen. Was ist denn, wenn ich mich selber von dem Blitz treffen lasse? Nee, das hat überhaupt keinen Effekt. Oh, gibt du Knochen. 40 Synthese Angriffsstärke. Zerbricht auch leicht. Okay, ich verstehe. Ja, aber krasses, krasses Item, ne? Ja, aber wie zerstöre ich das Ding jetzt da oben? Was soll ich denn da reinjagen? Das interessiert's ja alle nicht. Das interessiert's ja alle nicht. Wir müssen es zerstören. Ja, aber wie? Das ist so ekelhaft, dass die da rauskommen, na? Wie soll ich dieses Ding zerstören? Alter, die ganzen, die ganzen Knochen-Dinger. Gib du Herz, oha! Ich weiß nicht, wie das zerstören soll. Also, ich krieg die, ich krieg die problemlos verteidigt hier, aber ich weiß nicht, wie ich das zerstören soll. Es verändert sich, wenn es neue Gegner ausspuckt. Vielleicht kann ich es mit einem Blitzschlag... Ja, hab ich doch versucht! Müssen mich jetzt verarschen. Ich greife unterbrochen dieses scheiß Nest an. Aber jetzt haben wir immer den Hinweis, dass es doch mit einem Blitzschlag geht. Jetzt haben wir immer den Hinweis, dass es doch mit einem Blitzschlag gehen soll. Okay. Aber das hat jetzt halt auch nicht interessiert. Ich versuch's hier anzugreifen. Jetzt! Oh Mann! Oh Mann! Das hat gedauert! Das hat gedauert! Oh Mann! Das hat gedauert! Okay, neuer Bogen! Jetzt muss ich halt nur noch wahrscheinlich die erledigen, die noch da sind, ne? Ja, das sieht doch gut aus! Und wir haben ja schon gesehen, in der Wüste sind ja ganz viele solcher Pilze. Böller, es war sehr ehrenvoll, wie du die Stellung gehalten hast. Ja, genau. Oh. Was ist das denn? Gerudo-Stadt ist in Gefahr. Zelda! Die Wirbelwinde bewegen sich auf unserer Stadt zu. Und auch Zelda verschwand in diese Richtung. Böller, wir müssen sofort zurück. Link, folge uns schnellstmöglich. Wir brauchen dich dort. Alles klar. Imagine ich wär jetzt noch eingesperrt. Aber darf ich jetzt sämtliche Pfeile wieder einsammeln, die ich da verschossen habe eigentlich? Oder sind die durch alles zerstört jetzt? Geoglyphil. Oh, da stimmt die ist an der Wand. Auch sehr interessant. Okay. Ah ja, also zumindest die die ganzen Gipto-Knochen liegen noch hier rum. Das ist doch schon mal was. Frostmelone haben wir auch noch nicht fotografiert. Oh, da sind Pfeile. Sehr gut. Ah, hier sind noch mehr Pfeile. Dachte ich, hä? Hat doch gerade noch geblinkt. Ah, jetzt haben sie wohl schon wieder verabschiedet die Pfeile. Da liegt noch was rum. Sehr schön. Ja gut, immerhin ein paar Pfeile haben wir noch wieder bekommen. Das ist doch schon mal was. Okay, ich denke, aber ich kann mich porten, ne? Ich wüsste nicht, warum ich mich nicht porten dürfte. Ich wüsste nicht, warum ich mich nicht nicht porten dürfte. Ehrlich gesagt. Nice. Oh, da liegen noch Pfeile. Ne, Gerudo, äh, also Gipto-Knochen ist auch okay. Ah, mehr Gipto-Knochen. Oh, noch mehr Gipto-Knochen. Oh, die habe ich alle liegen. Hä? Die habe ich alle gerade noch gar nicht gesehen. Crazy. Was ich alles übersehe, ist schon wieder... Okay. Ja, porten wir uns mal Richtung Gerudo-Stadt wieder zurück. Da scheint jetzt ja die nächste Party abzugehen. Gucken wir doch mal. Wo sind die denn jetzt? Sind die da unten drin? Wahrscheinlich nicht, ne? Hallo? Wo? Sobald der Kampf losgeht, schließe ich das Tor. Okay. 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 Na, das heißt, ich sollte mich da wohl später drum kümmern. Okay. Gehen wir raus. Dann kümmern wir uns erst mal um die Situation hier. Oh, mach doch gleich wieder. Mein Gott. So. Dann gehen wir doch gleich mal vor die Tür. Ach, guck mal, jetzt hier vorne sind riesige Dinge aufgetaucht. Und wo ist jetzt meine Kollegin? Hä? Wo ist jetzt Ryu? Wahrscheinlich da, wo der Blitz ist, ne? Dann eilen wir mal dorthin. Ne, das ist nicht ganz Ryu gewesen. Schade. Ja, aber wo ist er denn dann? Sind die Wachen, wo es sich rumtreibt? Was heißt denn die Modifikation? Toll, nicht wahr? Das war meine Idee. Ich hab keine Ahnung, ob du redest. Aber hey. Ach, die Feuer... Ja, die von der, okay. Ja, aber wo ist jetzt Ryu? Guck mal, hier ist mein... Ist die im Palast? Ist die im Palast? Wahrscheinlich ist sie im Palast und nicht unten. Ah ja, moin. Auch gut. Let's go! Wie auf den Kampf vorbereiten. Ich bin ready. Ein Giptonest, genau wie beim Wüstenwasser. Laut dem Bericht, den ich erhalten habe, ist es zur gleichen Zeit aufgenommen, dass auch die Wirbelwände aufkamen. Allerdings scheinen wir es diesmal mit gleich dreien es dann zu tun zu haben. Also drei vor den Pforten meiner Stadt. Man könnte meinen, uns würde eine ganze Horde Giptos auf einmal überrennen wollen. In diesem Zustand, wenn sie sich in Verteidigungsmodus befinden, sind sie äußerst widerstandsfähig. Aber sobald sie sich eröffnen und Giptos aus ihnen hervorströmen, sind sie für eine kurze Zeit angreifbar. Die Giptos werden kommen, da besteht gar keine Frage. Und das wird der Zeitpunkt sein, an dem wir zurückschlagen. Das klingt sehr einladend. Schon wieder ist das auch gehört. Komm zu mir, sie ruft mich. Königin Rio, Link, was geht hier vor? Nein, es ist nichts, Biller. Mach dir keine Sorgen. Link, der Schutz dieser Stadt hat jetzt höchste Priorität. Konzentrieren wir uns auf die Gegner direkt vor unseren Toren. Wir müssen uns umgehend zur Schlacht rüsten. Alles klar. Ja, ich bin ready. Was ist denn jetzt los hier? Ja. Mich interessiert die Fake-Zel da nicht. Bevorstellende Kampf. Ja, dann let's go. Sprich mit Biller und den anderen Krieginnen und wenn bestmöglich auf die Schlachtfläche. Ich bin ready. Oh. Nein, ich habe keine Fragen. Ja, wir sind ready. Mein Gott. Link, die Stimme, die wir gehört haben. Ich würde schon gerne wissen, wer oder was sich dahinter verbirgt, aber... Ja? Eure Majestät, eine große Anzahl gibt es, bewegt sich auf uns zu. Sie wollen die Stadt angreifen. Egal. Erst ist wichtig, was zu tun. Okay. Biller, sie haben die Stadt vollständig umringt. Kein Grund zu verzagen. Diese Gefahr ist auch eine Chance. Heute kämpfen wir hier, um sie und ihre Nester allesamt auszulöschen. Aufschwestern, die Schlacht beginnt. Sie sollen die wahre Macht unseres Volkes erleben. Für die Gerudo. Link, Kriegerinne. Der König darf nichts geschehen. Schützen wir sie und unsere Stadt. Okay. Ja, fangen wir doch vorne an. So, sobald es jetzt hier aufgeht, knall ich da voll rein. Sehr schön. Okay, ich muss mich kurz mal heilen, weil ich sonst hier hitzetechnisch ein bisschen Probleme kriege. Kommt die mir eigentlich hinterher? Ja, ne? Feindkontakt auch am Vestor. Ich werde sie mit meinem Blitzschlag zerstören. Yes. Nein, ich will mit euch nicht quatschen. So, dann haben wir da drüben noch das andere Nest. Und dann sollte es doch das schon gewesen sein. Es kommen immer mehr. Wir müssen alle Nester zerstören. Ich arbeite dran. Es kommen immer mehr. Wir müssen alle Nester zerstören. Der Feind nähert sich dem Zentrum der Linie. Der Feind hat uns erreicht. Wir sind die letzte Verteidigungslinie. Kämpft! Da kann einer fliegen. Was ist das denn? Wat? Lepidogipdo. Alles klar. So, dann gehen wir mal zu Rio und beschützen sie. Ich kriege nämlich gerade ordentlich auf die Mütze. Ja, ich arbeite dran. So. Da drüben kommt noch einer. Noch mehr? Nö, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ah, okay. Man würde hier Ersatz bekommen, wenn man welchen bräuchte. Ah, hier kommt nochmal jemand. Gut. Easy. Sehr schön. Link, ich danke dir im Namen der Gerudo für deinen Einsatz. Ohne dich hätten wir den Kampf nie gewonnen. Da nun die Giptognester um die Stadt herum zerstört sind, sollte sich die Lage hier vorerst wieder beruhigt haben. Weißt du, mir fiel auf, dass die Nester zu Sand zerfielen, als wir sie vernichteten. Die Giptos und der Sand stehen wohl irgendwie miteinander in Verbindung. Ob vielleicht der Sandsturm sie gerufen hat oder ob sie am Ende des Sandsturms gar selbst erzeugt haben? Und das will mir nicht aus dem Kopf, die Stimme, die wir beide gehört haben. Eine Stimme und Blitze, das alles erinnert mich an etwas. Link, ich will dir etwas zeigen. Bitte kommt zum Wandbild hinter dem großen Saal in der Untergrundstadt. Alles klar. Machen wir... Haben wir noch Zeit? Jo, 27 Grad erst. Aber erst mal hier wieder looten. Okay, gibt nicht mehr zu looten scheinbar. Ah, der Libido-Dings hat auch ein Teil. Aber den kann ich gar nicht... Okay. Den kann ich nur so einsammeln. Den gibt doch Flügel. Alles klar. Oh, Bruder. Okay. So. Ja. Ich ruhe mich aus. Keine Zeit zum Ausruhen. So, jetzt wird der Raum hier entscheidend. Ich verstehe. Link, gut, dass du hier bist. Bitte sieh dir dieses Wandbild an. Wir Gerudo nehmen an, dass es von unseren Vorfahren stammt. Als es erschaffen wurde, wurde diese unterirdische Stadt auch als Zufluchtsort genutzt. Genau wie jetzt. In grauer Vorzeit wurden die Gerudo schon einmal von einer schrecklichen Katastrophe bedroht. Da steht hinter dem Thron rote Säulen in der Hitze. Licht im Dreieck. Stein der Blitze. Wenn meine Stimme ruft nach dir, so folge ihr und kommt zu mir. Als sie diese räshafte Stimme gehört haben, fiel mir sofort dieses Wandbild ein. Es scheint auf irgendeinen bestimmten Ort hinzudeuten und die Worte sind ein Hinweis, ein Rätsel. Da steht hinter dem Thron rote Säulen in der Hitze. Licht im Dreieck. Stein der Blitze. Wenn meine Stimme ruft nach dir, ist es voll okay. Hinter dem Thron. Naja gut, der Thron ist ja da oben. Muss ich da halt wieder hinlaufen. Nee! Mach doch nicht gleich wieder zu, ey. Ach, warte mal. Erstmal hier eine Waffe. Ach, ich dachte der Thron selber wäre vielleicht, das wäre vielleicht auch so ein Fotografiermonument, aber nee. So, hinter dem Thron. Wie ging's weiter? Irgendwas Rote. Da ist nix Rote. Ah, doch, da sind solche, diese, diese Dinger da. Soll ich da mal hinlaufen? Wir laufen da mal hin. Vorausgesetzt, das geht. Aber es scheint zu gehen. Da komme ich jetzt zu diesem Ding hin. Ich laufe, versuche... Ja, okay. Hier können wir uns ein bisschen orientieren. Wie weit ich jetzt von diesem Ding weg bin. Ach, da drüben ist es. Okay. Davon gibt's drei Stück. Da muss Licht rein, ja. Aber ich glaube, ich muss sie erst irgendwie drauf bekommen, dass wir da hin müssen, ne? Von selber hat die da kein... Kein Interesse daran, damit zu gehen. Ich weiß jetzt halt nur nicht, muss ich das jetzt aufschließen? Oder, 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 oder? Ah! Ich kann das doch schon machen. Das ist dann nämlich das Dreieck aus Licht. Okay. Und dem muss ich jetzt folgen, theoretisch. Aber... Ich port mich erst mal wieder hier hoch. Ich verstehe. Das Dreieck aus Licht kann ich selber auch schon erstellen. Sehr gut. Sehr gut. Dann machen wir das doch. So. Aber der schießt jetzt da hin. Ist da der Nächste? Nee, oder? Guck mal, weil da sind ja ganz viele solche... Giptonester. Absolut ekelhaft. Nee, wo sind denn jetzt die anderen Teile? Sind die echt alle da hinten? Muss ich dem Licht folgen? Ja, Link ist doch gut. Wir gehen ja schon wieder runter. Darf ich mich als Held eigentlich kostenlos im Hotel ausruhen? Mach doch einfach auf, die Scheiße. So. Du bist der Gast der Königin, oder? Möchtest du dir denn nutzen und unsere Hauptpflege... Ja, ich will eigentlich einfach nur eine Heilung. Ah! Was ist das Hautpflege-Programm? Okay, wie neu geboren. Ja, komm, machen wir es einmal. Wahrscheinlich sind es gelbe Herzen dann, oder so. Am Abend, dann ist es nicht so warm draußen. Machen wir es einmal. Ah! Ah! Ja, drei gelbe Herzen. Okay. Alles klar. Alles klar. Gut, das war die Geschichte. Aber ich check immer noch nicht, wie diese Karte... das Geheimling von der Mama zeigen soll. Also, das ergibt ja gar keinen Sinn. Okay. So. Kann ich jetzt schon mit dir reden, weil ich schon rausgefunden habe, was ich zu tun habe? Okay, nein. Gut. Ja, dann muss ich da halt... Ja, okay. Dann muss ich mich da halt selber drum kümmern. Dann folgen wir immer jeweils dem Lichtstrahl. Machen wir es so. Folgen wir immer jeweils dem Lichtstrahl. Ich dachte jetzt halt, die begleitet mich, aber nö. Scheinbar nicht. Wie auch immer. Ja, wir folgen dem Lichtstrahl und dann ist gut. Wie kommt das so ein Flugviech hier an? Ja, dann lass mich bloß in Ruhe. Da drüben ist ein Schrein. Ah, die nächste. Sehr praktisch. Na, das geht echt ganz schön weit. Muss man mal zugeben. Ah, da ist das nächste Ding. Aber der hat hier unten das Leuchtteil. Äh, das ist ungünstig. Wie ist das Leuchtting da unten? Okay, aber ich kann da scheinbar hoch. Ja, aber okay, damit kann ich nichts anfangen. Dann folgen wir dem Lichtstrahl wohl mal weiter. Auch wenn mich das jetzt ein bisschen irritiert, muss ich gestehen. Aber da geht jetzt auch da ins Nirvana, also... Ich glaube nicht, dass es hier weitergeht. Ich glaube eher, ich komme gleich ans Ende der Map. Ja, jetzt habe ich den Lichtstrahl verloren, oder? Okay, keine Ahnung. Ich drehe mal um. Da ist der Lichtstrahl. Ja, also der Lichtstrahl hat mich, denke ich, schon zu dem... zu dem anderen Ding geführt. Aber was soll ich mit dem jetzt machen? Das ist die goldene Frage. So, genau. Hier ist das Teil wieder. Ah, da oben kann ich irgendwas machen. Okay. Was ist da oben los? Ah, okay. Ach, jetzt geht der da hoch. Ah. Ja, gut, jetzt ist schon alles klar. Dann ist ja schon alles klar. Jawohl. So, interessanterweise haben wir jetzt schon ein Dreieck übrigens. Obwohl ich da drüben noch gar nichts gemacht habe. Aber der geht schon automatisch los. Okay. Dann können wir ja schon in die Mitte von dem Dreieck reisen. Auch wenn ich glaube, dass ich dafür eher Riju brauche. Aber gut. Wir gucken mal. Was machen die denn jetzt da? Was machen die denn jetzt da? Ist das jetzt? Ist das jetzt Zufall, dass hier so ein Viech auftaucht? Und hier drin ist jedenfalls nix. Okay. Das ist vielleicht noch nicht so ganz die Mitte gewesen. Das ist die Mitte. Ja, das sieht schon viel eher wie in der Sonne Mitte aus. Aber hier brauche ich jetzt vielleicht Riju. Keine Ahnung. Ah, wie ging das Rätsel weiter? Hinter dem Thron. Rote Säulen in der Hitze. Haben wir gemacht. Licht im Dreieck haben wir gemacht. Stein der Blitze. Stein der Blitze wären wir jetzt, na? Aber ich habe halt hier keine Blitze. Also, ich meine, ich habe theoretisch Blitz dabei. Irgendwo. Aber ich glaube nicht, dass ich hier selber irgendwas machen kann. Ich meine, vielleicht gehen wir erstmal nochmal zu dem anderen Turm. Vielleicht kann ich da noch irgendwas ändern oder so. Aber ich meine, an sich haben wir schon dieses Dreieck. Na? An sich haben wir dieses Dreieck schon zusammen. Ich meine, ich bin ein bisschen. Das war's. Direkturvorluft, Frucht. Aber doch, hier oben kann ich auch nochmal was machen. Irgendwas kann ich da oben noch machen. Oder auch nicht. Wofür ist das Ding jetzt da? Ah, ich kann's drehen. Oder auch nicht. Habe ich hier irgendwas, um das zu drehen? Also ich bräuchte halt so einen Stab. Von mir alleine hat es jetzt nicht so die Interesse, sich drehen zu lassen, ne? Ah, warte mal. Ich muss hier auch kaputt machen. Und da sind jetzt die Stäbe. Ja, okay, ich verstehe. Also muss ich da oben auch wieder was drehen. So, Stab 1. Aber eigentlich würde ein Stab ja reichen, oder nicht? Eigentlich würde ein Stab ja reichen. Und da ist das Ding. Ich würde da oben auch wieder aufhören, oder nicht? Ich würde da oben freuen. Ich würde da oben aufhören, aber nicht zu sehen. Ich würde da oben aufhören. Ich würde da oben nehmen. Und da oben aufhören. Ich würde da oben schauen. Okay Okay So, wo ist es? Gleich hier im Endeffekt. So. Dann habe ich doch jetzt meine zwei Stäbe hier oben. Dann wüsste ich nicht, was jetzt noch schief gehen soll. Eigentlich müsste ich doch sogar einer reichen. Ah, ja moin. Ah, jetzt haben wir das Dreieck. Oha. Da stand ich wahrscheinlich vorhin schon und jetzt erst geht da was weiter. Ja, okay, I see. Okay, jetzt erst geht da was. Ah. Das ist der Stein der Blitze. Das ist der Stein der Blitze. Ja, da stand man vorhin schon, wie gesagt. Oh, ich bin völlig falsch unterwegs. Ah, jetzt ist es wieder warm. Meine Güte. So, steht sie jetzt schon dort? Sehr gut. Ach nee, sehr... Ja, moin. Die Fake Zelda. Link. Hast du gesehen, Link? Da ist Zelda. Ja, jetzt ist sie nicht mehr da. Ich habe das Licht der roten Säulen gesehen und bin sofort hierher gekommen. Wir haben jetzt schon zweimal vermeintlich Zelda gesehen. Das kann doch kein Zufall sein. Doch jetzt gibt es erstmal Wichtigeres zu tun, als darüber nachzugrübeln. Du hast das Rätsel des Wandbilds gelöst und die Säulen aktiviert. Wirklich beeindruckend, Link. Auf dem Wandbild war von einem Stein der Blitze zu lesen. Sollen wir mal versuchen, meinen Blitzscher auf den Stein loszulassen? Ja, natürlich. Let's go! Und das hebt jetzt wahrscheinlich irgendein Tempel in die Luft. Ja, moin. Der Sandtempel würde ich jedenmal nennen, vorsichtigerweise. Ja, der ist groß genug. Ja, der ist groß genug für ein Level. Jo, das ist dann die Kraft von Ryo, haben wir schon rausgefunden. Sobald Ryo ihre Aua entfaltet, kannst du auf den Signal hin einen Blitzangriff durchführen lassen. Das heißt, da wo ich dann hinschieße, pfeffert sie auch ihren Pfeil her, ne? Äh, ihren Blitz. Noch haben wir nicht genug Reichweite. Oh. Ah, wow, jetzt geht's halt. Okay, wir nennen's Donnertempel, dann ist es halt kein Sandtempel, ist in Ordnung. Dann nennen wir's halt Donnertempel. Kann ich mitleben. Ich hatte nicht vor, jetzt mit dem Ding zu kämpfen. Siehst du, Link, hier ist der Ursprung des Sturms. Dieses Ding ist dafür verantwortlich. Luf, setzen wir dem Schrecken ein Ende. Hä, jetzt Bosskampf? Hä? Jetzt Bosskampf? Das ist die Anführerin der Gyptos. Vorsicht! Auf geht's! Ja, Bruder. Sie ist weiß geworden. Reagiert sie etwa genau wie die Gyptos? Sie ist geschwächt. Jetzt sollten dann... Warum sollte sie auch anders reagieren? Jetzt muss ich... Wenn ich hier außen kämpfe, muss ich auf jeden Fall mein Dings nehmen. Mein, äh, hier. Weißt du schon. Wir hatten doch irgendwo ein richtig krasses Essen, wo ich gesagt hab, das nehm ich jetzt noch nicht. Ah ja, hier. Zwölf Minuten dreißig, ob ich jetzt glaube. Ja, wo bist du jetzt wieder? Da. Das hat nicht hingehauen. Aber irgendwie war Richus Reichweite schon mal weiter, ne? Ah, jetzt ist sie wieder drin. Ich kann's sie, glaube ich, nur so angreifen. Hä? Das hat nicht getroffen. Scheiße. Hallo? Let's sammeln euch! Ähm. Okay. Weg isse. Dann ist das scheinbar der Boss von... Okay, da drüben isse gelandet. Mann, wieso ist denn jetzt schon wieder? Ja, dann bleib doch auch mal da, ey. Sheesh. Das macht ja gar nix. Okay. Doch, das macht ja schon was. So ein bisschen zumindest. Ist. Lass dich nicht wegwehen, Ryu. Dein Eber. Okay. Ah! Ja, jetzt haut es sich erst mal wieder selber weg. Mann, wo ist er denn? Okay, halbzeit. Ach so. Jetzt darf man den Level noch spielen. Sie ist in Richtung der Spitze geflogen. Um mir zu folgen, müssen wir im Gebäude einen Weg nach oben finden. Mhm. Link, lass uns herausfinden, wie wir hineinkommen. Okay. Ja, wie kommen wir wohl hinein? Ich weiß es auch nicht. Oh, ich hab keinen Bogen mehr. Ja! Da haben wir wohl den Eingang gefunden. So. Donnertempel, Erdgeschoss. Ja, los geht's. Aber dann natürlich im nächsten Part hauptsächlich. Ist klar. Brauchen wir nicht drüber reden. Flammenwerfer. Dass wir jetzt keine Zeit mehr haben dafür. Krockwedelfächer. Oh, das ist natürlich nicht verkehrt wegen dem Wind, ne? Aber der wird halt auch schnell wieder kaputt gehen dann. Wahrscheinlich kriegt man mehrere. Ja, okay, da ist noch einer. Okay, wenn der eine kaputt ist, kann ich mir gleich hier den nächsten holen. Aber da ist der halt auch kaputt gehen können, wenn man einfach nur... Äh, da rumstehe. Also, das finde ich ein bisschen albern, aber gut. Was soll's. Aber bisher haben wir jetzt hier gar nicht so... Hey, du musst diese drei bis fünf Orte finden. Aber das kommt wahrscheinlich gleich noch. Das wird gleich noch kommen. Wir gehen jedenfalls hier das nächste Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Und tschüss. Gut.